Entstanden ist der Orient mit der Ausbreitung des Islams im 6. Jahrhundert nach Christus. Bis heute ist der Islam die vorherrschende Religion im Orient und prägt nicht nur das religiöse, sondern auch das kulturelle, soziale und wirtschaftliche Leben der Bevölkerung. Sichtbar wird dies auch im Erscheinungsbild orientalischer Städte. Heute unterteilen wir den Kulturraum Orient in zwei Großregionen. Die nordafrikanischen Länder mit Tunesien, Algerien, Marokko und je nach Definition auch Libyen und Mauretanien, die unter dem Begriff Maghreb zusammengefasst werden. Und den vorderasiatischen Teil des Orients, von Ägypten bis Pakistan, der auch als Alter Orient bezeichnet wird. Erfindungen und Entwicklungen, die orientalische Völker wie Sumerer, Babylonier und Assyrer in ihrer Blütezeit hervorgebracht haben, geraten heute in Europa zu Unrecht in Vergessenheit. Vielen Dank. Vielen Dank.